Mit Mario Götze als Kapitän und Torschütze, aber ohne Trainer Lucia Favre hat Borussia Dortmund einen Test beim Regionalligisten Alemannia Aachen 4 zu 0, 2 zu 0, gewonnen. Götze führte das Team in Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler an und erzielte in der 67. Minute den Treffer zum 3 zu 0. Zudem waren die 19 Jahre alten Dominik Wanner, 9. und bei Han Amitow, 25. sowie Maximilian Philipp, 76. für den Bundesliga-Tabellenführer erfolgreich. Trainer Favre war wegen Rückenproblemen nicht mit nach Aachen gereist. Die zweieinhalb Stunden Zugfahrt hätten ihm nicht gut getan, sagte Sportdirektor Michael Zorc. Im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag, 15.30 Uhr im Live-Ticker, soll Favre wieder dabei sein. Betreut wurde die Mannschaft in Aachen von Manfred Steffes und Edin Terzic. Mario Götze, Leistungsdaten in dieser Saison, Pflichtspiele, Wettbewerbe, Einsätze, Toretta, Vorlageneinsatzzeit, Bundesliga 11 bis 13 Minuten, Champions League 1 bis minus 62 Minuten, DFB-Pokal 1 bis minus 64 Minuten, Werbung, Werbung. Werbung, 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 Werbung.